Jo Leute und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um die Pick-Camp Predictions für die Legend Stage von der Starlight in Berlin, was in 14 Stunden, sprich morgen, eigentlich schon wieder weiter geht. Und da werden wir jetzt mal kurz, bzw. werde ich euch jetzt mal meine Pick-Camps zeigen. Ich werde noch kurz auf die von den letzten, von der Challenger Stage eingehen. Vitality war knappes Ding, leider. Die sind aber dennoch weiter. Mouseboards kein Problem mit die. Energy ist weiter. Furious ist nicht weiter, das finde ich schade, die sind ausgeschieden. Der North ist weiter crazy. Da bin ich nämlich stolz sogar, dass ich die weitergepickt habe. Und ja, sind auch weiter. Amanga auch. Insgesamt habe ich 6 Punkte von den 5, was ich halt brauche. Und jo. Der 3-0 für Taillou war ein übelster Weg-Pick. Die sind ausgeschieden mit keinen einzigen Win. Finde ich schade für die. Und Synod Gaming, oder Syman Gaming, ja. Sind zwar auch ausgeschieden, aber nicht mit 0,3. Aber egal, ich habe die Picks, was ich brauche für die Medaille von dem her. Let it rip in die Group Stage. Oder the Legend Stage. Ich werde es hier wieder so machen, dass ich schaue, dass ich hier unten die 5 Saved Picks halt haben. Da ist herum geschissen. Beziehungsweise da nicht geschissen, aber es werden erhalten. So, ja, ich schaue, dass ich nicht so viele Picks wie möglich habe, sondern dass ich einfach die Wahrscheinlichkeit so hoch wie möglich ist, dass ich mit 5 richtigen durchkomme. Und das wäre mal Astralis. Astralis kennt jeder, die haben das letzte Major gewonnen und sind derzeit das zweitbeste Team der Welt. Dann Team Liquid, brauche ich auch nicht viel sagen, kennt auch jeder und ist derzeit das beste Team der Welt. Also Weltrangliste, Platz 1, waren zwar beim letzten Major, sind die, glaube ich, gegen Ants ausgeschieden im K.O. System im ersten Game. Also im Halb-, oder? Ne, im Viertelfinale war das ja. Das erste Game ist Viertelfinale. Aber, ja, Team Liquid, wie gesagt, Weltrangliste, Platz 1, spielen krass und derzeit, also da glaube ich schon, dass sie weiterkommen. Beziehungsweise gehe ich stark davon aus. Ends lasse ich jetzt mal aus Navi. Brauche ich, glaube ich, auch nicht viel zu Navi sagen. Was haben wir hier noch? Ja, Faith. Faith sollte das auch schaffen. Kerrigan spielt zwar jetzt nicht mehr bei Faith. Dafür haben die ja jetzt Olaf. Ja, zusammen mit Galen und Niku sollte das, ja, sollte das schon machbar sein. Vitality lasse ich jetzt auch mal außen vor fürs Erste. Energy wäre auch so ein Team, wo ich sagen würde, die würden weiterkommen. Aber da würde ich zuerst jetzt mal Mausports weiter tippen. Die, was ja die Challenger Stage mit drei Wins und ohne Niederlage geschafft haben, von dem ja gehe ich halt jetzt auch aus der See. Hier weiterkommen zwar jetzt nicht mit drei Wins. Wie gesagt, ich will mir halt meine, so die sicheren fünf Punkte halt haben. Und das sollte ich jetzt mit diesen fünf haben, beziehungsweise, wenn ich sage, die vier sind mal safe. Und dann hätte ich noch drei Joker frei. Da könnte ich dann als Joker, also als einen Joker, dann wird es halt schon ein bisschen schwieriger. Und dann haben wir noch. Ernst glaube ich nicht, dass sie weiterkommen werden. Das ist einfach so ein Bauchgefühl. Sie waren zwar beim letzten Major, der Kettowice, waren die ja im Finale und haben halt dann gegen Astralis verloren. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie es bis ins K.O.-System schaffen. Ich glaube, dass diese, dass da, ja, dass da nicht mehr das Feuer brennt wie jetzt von einem halben Jahr. So, was haben wir noch? Vitality wäre ein Team, die haben jetzt in der Genesis Stage halt ziemlich gestruggelt. Aber Saillou, NBK, haben da, sind krass am Drücken gewesen. Die einzigen, was jetzt nicht so und Fire waren, waren halt, ähm, Alex und, ähm, ne? Das fehlt mir der zweite Name nicht mehr. Naja, egal, scheiße. So, Energy wäre halt noch so ein Team, wo ich sagen könnte, die könnte man auch als Joker nehmen. Dann hätten wir hier zwei. Ähm, North könnte man ebenfalls weiterbetten. Und G2. Okay, warte mal, warte mal. Ich merke, das ist anders. Ich werde Vitality auf einen 3-0-Win wetten. Einfach aus den Grunds, weil sie das Potenzial haben, dass sie mit 3-Wins ausscheiden können. Auch wenn es jetzt in der, also ausscheiden, weiterkommen, nicht ausscheiden. Das Vitality mit 3-Wins weiterkommt. Auch wenn wir es jetzt in der Genesis Stage nicht gesehen haben, weil die da ziemlich hart am Striking waren. Teilweise. Aber, ich würde denen halt auch zutrauen, dass sie auch gar nicht weiterkommen. Und das ist halt das Ding. Und deswegen sage ich, ich gehe halt mit Vitality all-in, mache die auf 3-Win. Und wir schaffen die das oder nicht. Und ja, dann habe ich hier jetzt noch die 2-Betze frei. G2 ist mir auch immer so unsicher, weil wenn ich sie weiterpredikte, kommen sie nicht weiter. Und wenn ich sie nicht weiterpredikte, kommen sie weiter. Das ist wie verhext. Ja, ist mir, wie gesagt, zu unsicher. Da tippe ich lieber North weiter. Ja, Vitality habe ich dann hier und bleibt eigentlich eh nur noch Energy über. Crazy glaube ich jetzt nicht, dass sie das Potenzial haben, dass sie hier irgendwie die großen Teams ins Chaos-System weiterkommen. Ja, mein Avangar auch nicht und Mibre, die habe ich momentan gar nicht mehr auf dem Schirm. Keine Ahnung, was mit denen los ist. Ja, was mit 0-3 ausscheiden würde, würde ich sagen Dream Eaters. Das sind für mich so das schlechteste Team, meiner Meinung nach. Und Dream Eaters spielt als erstes gegen Astralis und das wird Astralis, sage ich mal, safe holen. Somit hat Dream Eaters dann schon die erste Niederlage und dann fehlt halt nur noch 2 von dem hier. Ja, glaube ich, dass der OP sehr gut ist. Ja, ich lasse das so. Jo, das war es dann auch schon wieder für heute. Wie gesagt, schreibt mir eure P-Cams in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was ihr so glaubt, wer weiterkommen würde oder wird. Und über eine positive Bewertung würde ich mich ebenfalls freuen. Dann sage ich auch nochmal, ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Euer Alex.